Game Boy, Game Boy, Advance Kalender Game Boy, Game Boy, Advance Kalender Hi zusammen, ich bin gekommen um 2020 besser spät als nie noch zu retten. Keine Angst, nicht durch mein grauenvolles Gitarrespiel, das können andere besser. Aber ich habe mir gedacht, sieben Jahre nach dem Game Boy Advance Kalender wäre es doch mal Zeit für den Game Boy Advance Kalender. Versteht ihr? Advance, Advance, ein Lichtlein, Branzt, was auch immer. Bis Heiligabend wird es jetzt also jeden Tag ein kurzes, mal kürzer, mal längeres Game Boy Advance Spiel Review geben. Und wie ihr das wisst, wenn ich sage jeden Tag, dann meine ich damit natürlich jeden Tag. Tatsächlich habe ich Unterstützung bekommen von vielen tollen YouTubern, die zugesagt haben, dass sie auch ein Spielchen reviewen werden oder zwei oder drei Mal schauen. Und noch aktuell im Stand sieht es so aus, als würden wir wirklich jeden Tag voll kriegen. Freut mich natürlich total. Das bedeutet, ihr seid jetzt aber auch gefordert, ihr müsst ein wenig im Auge behalten, wo die Reviews hochgeladen werden, wo es das nächste Türchen gibt. Ein guter Weg, um es rauszufinden, ist natürlich Twitter. Wenn jemand anders was hochlädt für den Kalender, dann würde ich das natürlich retweeten. Das heißt, dadurch könnt ihr es im Auge behalten. Aber auch dieses Video hier ist in einer Playlist. Und diese Playlist wird um alle Türchen erweitert. Es geht morgen los. Es wird immer kurz nach Mitternacht hochgeladen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen später. Aber wie gesagt, einfach Augen offen halten, reinschauen und euch freuen. Tja, mehr gibt es nicht zu sagen. Deswegen stache ich jetzt einfach noch ein bisschen awkward in die Kamera. Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich... Ah, son...